Intelligente Anwesenheitssensorik von Zumthobel spart Energie und erhöht den Komfort. Treten Personen in einen Bereich, erkennt das System die Veränderung und stellt die Beleuchtung ein. Das Signal wird an die Nachbarbereiche weitergegeben, die eine Grundstimmung erzeugen. Die erhöht den Komfort und das Wohlbefinden. Dies gilt auch für Kontrollgänge in der Nacht. Zumthobel Das Licht